Ich bin Maik und mein Ziel ist das Spiel gegen Patrick Herrmann. Ich bin Benedikt und ich nehme heute jeden auseinander. Ich bin Tobias und ich will das Ding heute gewinnen. Das Einzige, was für mich zählt, ist die Realität des Gewinns. Bestmöglich abschneiden und möglichst viel Spaß haben. Ich gewinne das Ding heute. Das Finale gegen Patrick Herrmann. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns auf 90 Minuten guten Fußball. Raphael, das ist das Tor! Ja, schade, hat nicht sollen sein. 3-0 verloren, schlecht ins Spiel gekommen. Ich habe es leider nicht mehr umliegen können. Pech gehabt. Da wird ihm ganz schön zugesetzt. Resultat, Ballverlust. Super, abgezogen und... Oh! 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 Eine gigantische Belastung auf dem Tor! Er macht es! Unglaublich, absolut cool, kalt wie eine Hundeschnauze. Könnte es gefährlich werden? Und Tor! Und Tor! Er könnte passen und genau in den Spielen spielen sich in den Lass. Das Tor in letzter Sekunde verzehnt das Königmann. Ich bin Sportsmann, also natürlich will ich auch das Spiel gewinnen, ist ganz klar. Ich denke, die haben schon einiges auf dem Kasten, also war ja schon eine kleine Vorentscheidung jetzt. Und ja, wird alles andere als einfach auch für mich. Ich freue mich auch nicht auswechseln! Oh bleib! Ah! Oh! Ich wäre vorher im Bus gewesen, wäre ich vorher ausgestiegen. Also er hat echt gut gespielt, also er kann nicht nur Fußball spielen im Real, sondern auch virtuell. Es war schon ein verdammt gutes Spiel und es war knapp 90. Minute, hat es entschieden. Und ja, aber wer das letzte Tor schießt, gewinnt. So ist das manchmal. Danke schön! Danke schön! Untertitelung des ZDF, 2020